Ei, was sag ich dazu? Sing ich die ganze Nacht? Aya, Popeye, my boob, Juri. Gib mir kein Mensch nix dazu. Darf ich dir ein Loch in die Natur machen? Ja! Bleib da! Marie, weißt du denn auch, wie lange es ist? Um Pfingsten zwei Jahre. Und weißt du auch, wie lange es sein wird? Ich muss vor der Nacht aufwenden. Friert dich, Marie. Er hat keine Moral. Moral ist es, wenn man moralisch ist, versteht ihr? Es ist ein gutes Wort. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz. Los. Fort! Willst du mehr sein als Staub, Sand und Dreck? Warum bläst Gott die Sonne aus, dass alle Welt sich in uns doch zübereinander hältst, wenn sie schon weist? Das können mehr als Brot schneiden. Wenn sie die Zunge aus Weiß ziehen und sie damit Leid mehr rumwecken, soll ich? Haben Sie schon gesehen, Herr Doktor, in was für Figuren die Schwämme so nachwachsen? Oh nein, er hat die schönste Aberratio Mentalis Partialis Zweiter Spezies sehr schön ausgeprägt. Oh nein, ohne Stuhl, man kann ja ohne Stuhl die Hörer nehmen. Die Geiger gingen vorn, die Pfeifer hinten rein, sie hatten rote Strümpfe an. Das ist nicht schön. Meine Damen und Herren, die Erbsen! Untertitelung des ZDF, 2020